Siehst du, wie die Katz sich putzt? Weißt du, wozu uns das nutzt? Es kommt feiner Besuch ins Haus. Die Märchenoper aller Märchenopern. An allen ist Hütchen schuld. Am 18. Oktober in Bochum. Und warst du da wieder aufgebaut? 40 Märchen zusammengebraut. So schimpft Jakob Grimm mit Siegfried Wagner, der in dieser Oper leibhaftig auftritt. 40 Märchen? Vielleicht sind es sogar an die 80 Märchen. Vom Tischlein Deck dich, vom Goldesel Brickle Britt, der in dieser Oper gleich zweimal vorkommt. Ein echter und ein falscher. Und der in der Märchenacht vorn und hinten Gold ausschüttt. Leider nur auf der Bühne. Und so sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen. Die Bochumer Symphoniker stehen bereits. Ein Teil der Solisten. Ein anderer Teil muss noch finanziert werden. Außerdem Bühne und Kostüme. Für diese besonders aufwendige Märchenopern-Collage. Jede kleine Spende hilft. Bitte seien Sie mit dabei. Bühne und Kostüme.